Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Im heutigen Video geht es um vier himmlische Freunde hier im Mediabook von Just Bridge Entertainment, die mir das Ganze zur Präsentation und Rezension zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, aber damit nicht genug. Nein, denn ich habe ein weiteres Exemplar hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und noch ein weiteres Exemplar ist das nicht eine geile Aktion. Die verdient es doch definitiv einen Daumen nach oben abzubekommen von euch. Und diese beiden Exemplare werde ich im Anschluss an meine Präsentation des Mediabooks und Rezension des Films an euch weiterreichen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr eben nach dem Unboxing und meiner Filmkritik. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze doch gleich einmal an. Befreien es von seiner Schutzfolie. So, wunderbar. Und dann haben wir gesehen, dass das FSK-Logo hier auf der Folie drauf war. Wir sehen es hier noch. Hier ist nichts drauf. Keine Klebereste. Und gucken uns dann die Rückseite auch gleich an. Hier haben wir das technische Datenblatt. Das halte ich mal gleich hier rein und zeige es euch ein bisschen aus der Nähe. Hier oben haben wir ein paar Namen, wer alles mitspielt. Dann eine Szenenfoto, dann eine Inhaltsangabe, weitere kleinere Szenenfotos. Wir haben die Credits sowie den Hinweis, was sich alles an Bonusmaterial auf dem Disc befindet. Und selbstverständlich auch die technischen Spezifikationen. Also, soviel einmal dazu. Dann machen wir das Ganze ab. Jetzt gucken wir mal hier. So, paar Popel. Aber geht eigentlich easy ab. Und wow, ich bin begeistert. Ich sehe es gleich hier. Geil. Also, das passt echt toll. Und vor allem zu dem Preis finde ich eine super Sache. Einen Link dazu, wo ihr euch das Ganze auch noch bestellen könnt. Falls ihr hier nicht einer der glücklichen beiden seid, an denen ich im Anschluss an meine Filmkritik das Ganze weiterreichen werde. Könnt ihr euch das Ganze bestellen. Zu den jeweiligen Shops findet ihr unten den Link. Sowie auch natürlich zum Trailer, damit ihr überhaupt wisst, worum das Ganze geht. Aber das erfahrt ihr ja sowieso in meiner Filmkritik, sofern ihr denn dran bleibt. Also, hier haben wir das Motiv. Matt gehalten, super scharf. Aber vom Druck her, das Motiv kennt man, war das bekannte Kinoplakat. Hier oben sind halt noch die ganzen Schauspieler mit drauf. Das hätte man jetzt nicht übernehmen müssen. Kann aber natürlich auch Vorgabe des jeweiligen Studios sein. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ihr kennt das auch bei Warner. Bei denen geht es ja ab oder denen geht einer ab, wenn die Credits drauf sind. Das wollen die unbedingt haben. Da haben die Labels keine Chance. Also, das wird wahrscheinlich Vorgabe gewesen sein. Genauso wie hier unten dieses klitzekleine Universal-Logo. Aber guckt euch mal das Backmotiv an. Ist es nicht fantastisch? So muss es sein. Keine Credits oder sonstigen Sachen hier drauf. Finde ich gut gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein Bild ergibt. Und das sieht doch mal echt edel aus, oder? Geht hier von vorne nach hinten. Und hier haben wir Robert Downey Jr. in jungen Jahren. So, jetzt lasst mich die Disc nochmal hier schön reinlegen. Und dann kommen wir eben zur Innensache des Mediabooks. So schaut das Ganze aus. Wir haben hier die Disc mit dem Frontmotiv drauf, kann man sagen. Und ein paar kleine Hinweise hier noch. Dann haben wir hier einen himmlischen Innenprint sozusagen. Ist in Ordnung. Dann haben wir ein Booklet. Hochglanz oder glänzend. Glänzend eher. Und fühlt sich an wie Fotopapier. Und es ist ein bisschen schwer hier drin zu blättern. Vor allem kopfüber immer. Und haben hier Szenenfotos und diverse Hinweise zum Film. Finde ich eine coole Sache. Die Fotos sind jetzt nicht die schärfsten. Liegt aber natürlich auch am Alter des Films. Und da wird es keine besseren oder schärferen geben. Deswegen finde ich es klasse, dass zumindest das Frontmotiv und auch das Backmotiv so rattenscharf abgedruckt ist. Also das ist doch klasse. Und ja, wir haben hier echt ein toll gestaltetes Booklet. Kann sich definitiv sehen lassen. Da kommen wir zur Rückseite. Auch hier noch ein schönes Motiv mit drauf. Und hier hinten haben wir dann nochmal Robert Downey Jr. auf der DVD. Sowie einen weiteren schönen himmlischen Innenprint. Also ist doch definitiv eine geile Sache. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, dass es hinten auch ein schönes Motiv drauf hat. Insgesamt eine runde Sache. Fühlt sich auch recht wertig an. Passt auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was taugt der Film. Und dazu kommen wir gleich. In vier himmlische Freunde geht es um vier Personen, die zusammen in einem Bus sitzen. Mit diesem Bus aber leider verunglücken, als es zu einem Autounfall kommt, als der Busfahrer einem Auto ausweichen möchte. In welchen ein junges Ehepaar sitzt, das gerade hier ihr Kind zur Welt bringt. Und die vier Personen kommen dabei ums Leben, kommen aber nicht sofort in den Himmel, sondern trösten ihr Dasein jetzt als Geister sozusagen. Und begleiten diesen Jungen auf seinem Weg zum Erwachsenwerden. Leider kriegt er dadurch ein paar Probleme, weil er als einziger die vier Personen sehen kann. Und so beschließt man sich dem Jungen dann nicht mehr zu zeigen, dass er normal aufwachsen kann. Das tut er auch und wird zu einem jungen, erfolgreichen Mann hier dann verkörpert von Robert Downey Jr., der ein super Banker ist, Erfolg hat, eine tolle Freundin hat. Aber immer mehr vergisst, worauf es im Leben ankommt. Und kurz bevor es dann daran geht, dass die vier Personen endlich in den Himmel kommen dürfen und hier erlöst werden von ihrem tristen Dasein als Geister, bekommen sie noch die Chance, das zu Ende zu bringen, was sie eben nicht machen konnten, kurz bevor sie gestorben sind. Und auch die Chance, ihren liebgewonnenen Jungen hier in Form von Robert Downey Jr. zu helfen und wieder in die Spur zu bringen, damit er eben sein Leben so lebt, wie es sein sollte. Jo, von der Story her merkt man gleich, es ist nichts Neues und der Film erfindet das Rad auch nicht neu. Und er bedient ein paar Klischees. Das ist aber wirklich mit Abstand das Einzige, was man diesen himmlischen Film vorwerfen kann. Es ist eine fantastische Fantasy-Romanze, kann man sagen, mit anfangs auch guten Effekten, wo die vier hier nach oben schweben. Absolut liebenswerten Charakter und auch Darstellern, die allesamt ihre Sache gut machen, wo man jeden wünscht, dass er eben das noch zu Ende bringt, wovon er rausgerissen wurde aus dem Leben eben bei diesem Unfall. Das ist auch die Message, die der Film transportieren möchte, dass man die Dinge zum Ende bringt. Und er möchte uns auch zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt, dass das Leben nicht nur das Geld, Reichtum und Macht ist. Und auch das ist, wie gesagt, nicht neu, aber es kommt immer darauf an, wie man das Ganze rüberbringt. Und das schafft dieser Film einfach auf hervorragende Weise. Es ist einfach zeitlos, dieser Film aus den 90er Jahren mit einer Lauflänge von 107 Minuten und einer Freigabe ab sechs Jahren. Genauso zeitlos wie auch die fantastische Musik in dem Film. Den kann man sich immer wieder angucken und er bringt einem einfach gute Laune, ein Feelgood-Movie sozusagen. Ein Evergreen, der einfach beim jeden Mal anschauen genauso viel Spaß macht, wie beim ersten Mal. Solche Filme, muss man ganz ehrlich sagen, solche Filme werden heutzutage leider nicht mehr gedreht. Und deswegen würde ich hier vier himmlische Freunde eine 9 von 10 Punkte Bewertung geben. Jo, meine lieben Filmfreunde, das soll es dann gewesen sein mit meiner Präsentation vom Mediabook sowie einer kleinen Zusammenfassung des Films und auch einer kurzen Filmkritik. Der Film lohnt sich meiner Meinung nach allemal für Freunde des 90er Jahre Kinos, für Freunde von Feelgood-Movies und für Freunde natürlich von Robert Downey Jr. und auch so ein bisschen Fantasy-Romanzen. Der sollte in keiner Sammlung fehlen, wenn, dann würde ich das Mediabook empfehlen. Ihr habt es gesehen, es ist hochwertig produziert, bietet zwei absolut tolle Artworks vorne und hinten und hat ein sehr informatives Booklet und sehr umfangreich. Das Bild der Blu-ray ist knackig und scharf ab und zu, ein bisschen grislig, aber für einen Film, der fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, ist es vollkommen in Ordnung. Und preislich liegt es gerade jetzt bei Erscheinen bei 18,50 Euro. Also da kann man, wenn man auf andere Hersteller guckt, definitiv nicht meckern und sollte hier zugreifen. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch Manuel, ich hätte Bock auf den Film und ich bin es wert als langjähriger Abonnent, dass du mir mal so eins weiterreichst, hier was mir freundlicherweise kostenlos und gratis von JustBridge zur Verfügung gestellt wurde, eines dieser beiden Mediabooks, dann schreibt ihr jetzt einen Hashtag, einen Kommentar mit dem Hashtag JustBridge und ich werde dann zeitnah zwei meiner Abonnenten aussuchen, denen ich eins dieser Mediabooks dann weiterreichen werde. Ich finde, die Aktion von JustBridge hat allein einen Daumen nach oben verdient, deswegen haut in die Tasten, klickt auf den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir und auch solche tollen Aktionen wäre doch wirklich schade. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus! Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus!